Hey, 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 guys. Der Film kam ja im Sommer 2009. Ja, jetzt ist es schon fast im Winter 2010. Dann gehen wir zu Saturn oder Mediamath. Weil Max kauft sich Assassin's Creed Brotherhood. Cheers. Hey, what's up, guys? We are here at the... There is a burnt mandel. Timon's up with burnt mandel. It's extravagant. Yeah, they don't want to be a man. My mother gave me 20€ bikinis and said, you should have to make some McDonalds here. Hey, what's up, guys? I'm here in the Ark Garden with Idinor. And Philip and Max. And everywhere are people. Weil Max nicht... Weil Max nicht ein Spiel kaufen will. Ich bin jetzt voll horny, du. Ich bin jetzt voll horny, du. Ich bin jetzt voll horny, du. Und hier gibt's das schwebende Bäume. Mein Drama. Hier gibt's das schwebende Bäume. Das ist ein Schäume. Das ist Satan. Da 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 ist Satan aus dem Ruhm. Da ist unter dem Glasgy survehalten. Da ist zuerst so те Forscher큼, Das ist Hallfor. Da ist ein Dorfend.